So YouTube, hallo, hallo und willkommen. Wir spielen wieder eine Runde Timegasser. Ihr kennt's. Fünf Runden, fünf Orte, fünf Zeiten. Ich gucke mir immer die Bilder vorher an, ob die geeignet sind für den Stream oder ob es Probleme gibt und dann gehen wir rüber und werden herausfinden. Hier sehen wir jemanden, der Timegasser spielt. A fish-eye selfie at Louvre. You were 70 years off. Oha. Oha. So, wo sind wir denn? Door in rechte, gleite des sichtende Lucht. De grofte Ende, bla bla bla. Okay, also wo wir sind? Utrecht. Ne, keine Ahnung, ob es Eidhofen wieder ist oder Maastricht. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall auf, ja, irgendwo hier Amsterdam. Schulen sind hier nicht angezeigt, nicht? Ich glaube, das waren Sicherheitsgründe, von daher, ja, nehmen wir irgendein Gebäude, was von oben aussieht wie Schule eher hier sowas. Boah. Okay. Das ist eine Schule, die nehmen wir. Wann? Ah, der Kleine. Irgendwas mit einer Eins, würde ich sagen. 2011? 2021 vielleicht. Aber 2021? Wahrscheinlich hat er die Zeit extra umgestellt. 2004 könnte das auch sein. Das könnte eine 4 sein, wenn man so vom Weiten guckt. Hat er da vielleicht ein Datum stehen? Kein Datum in die Ecken geschrieben. Au, au, au. Und anstatt Physikunterricht zu machen, wird hier lieber Timeguesser gespielt. Ich kann das nicht befürworten. Ich kann das nicht befürworten. Immer ordentlich lernen. Nicht wahr? Na gut. Dann würde ich sagen, gässen wir das erste Make-Gas. Und das war Gent. Okay. Belgien. Belgisch, niederländisch. Aber 9.339, 2024, passte. Sehr gut. Über 9.000 ist auf jeden Fall erstmal okay. Oha. Halten verboten. Be- und entladen gestattet. Kaufhaus Kraus. Warte mal. Kaufhaus Kraus? Johann Gross? Kraus hatten wir doch neulich irgendwo. Wo waren das? Also, wir sind nicht in Wien, nicht? Ähm, Wien, da gibt's keine Berge. Wahrscheinlich sind wir wieder hier irgendwo. Muss ja ne größere Stadt sein. Innsbruck? Schon echt hoher Berg, muss man mal sagen. Und ne sehr große Stadt. Sogar mit Tram-Linie. Ha. Okay, wir gehen erstmal runter auf. 56. Weil die haben wieder die runden Autos. Ja, krass. Ich verliere. Ja. Also, ich würde nicht sagen, dass es Schweiz ist. Dafür ist es zu deutsch. Könnte auch wirklich ne deutsche Stadt sein. Aber Salzburg liegt nicht in Bergen, nicht? Hybrid ist ne gute Ansicht. Ich war halt in Innsbruck, aber ich bin nur hier am Rand durchgefahren. Ich weiß nicht, wie es mit der Innenstadt gestellt ist. Aber das hier sieht doch nach ner passenden Straße aus. Können wir so ne Kirche hier sehen? Also vom Berg her... ...könnte es passen. Das hier ist das da. Dann kommt die flachere und dann hier der hohe. Das ist das da. Das hier sehe ich nicht richtig. Das könnte aber das hier sein. Ja. Naja, das ist es schon nicht. Man sieht das hier. Gut, gibt es auch in anderen Bergen. Von daher... Aber Innsbruck gefällt mir aktuell von der Idee her am besten. Die Straße gefällt mir auch schon ganz gut. Könnte natürlich auch eine der Parallelstraßen sein. Also vom Blickwinkel gefällt mir die eigentlich am besten aus der Stadt. Könnte hier hinten noch die sein. Hier könnte es sein. Ah ja, okay. Wir können ja die Kirche nochmal da suchen. Die wollte ich eben eh schon mal nochmal gucken. Ob wir die sehen. Weil hier wäre viel zu kurz. Das hier könnte sowas hier sein. Müsste aber ja die Straße rauf die Kirche gewesen sein. Gut, wer weiß, ob die noch existiert, nicht? Könnte die hier sein. Und wo sehen wir die Kirche, wenn wir hier... Die Straße zieht mir zu klein aus. Die hat eher einen höheren Turm, nicht? Die hat eher... Na gut, vielleicht sieht man es nur nicht von hier. Und da ist so eine Statue. Die müsste man da noch sehen. So, also da ist die Kirche. Und wir gucken aber so. Das heißt, irgendwas in diesem Bereich. Kirche ist auch nicht so weit weg, dass wir hier drüben sein könnten. Jetzt sehen wir aber auch nur das Ding. Die Universität könnte neu gebaut worden sein, dass das hier weggebombt wurde. Dass früher hier eine Straße lang ging. Dass die hier weiterging. Keine Ahnung. Ich setze mich jetzt hier hin. Und Gregor, hallo! 40.850. Dann gucken wir mal. Okay, waren nicht so weit weg. Schade, hätte ich... Doch, die Straße. Oh, shit. In der war ich zuerst. Oh, das ist am ärgerlichsten. Aber wo ist hier die Kirche? Okay, dann ist die Kirche hier nicht mehr da. Das ist das Ding da. Ah, es könnte sein. Dann ist es das Ding. Okay, ich habe das da als Kirche nur wahrgenommen. Schade. Ja, die hat halt vom Winkel besser gepasst als die hier. Aber, hm. Hm. Blöd. 9288. Naja, immerhin. Dir fehlen zwei Punkte und du ärgerst dich? Naja, natürlich. Ort ist bei mir... Weißt du ja. Muss ich auf den Punkt genau treffen. Ja, 4.300. Vier Jahre weg. Finde ich okay. Da habe ich eh nichts mit zu tun. Oha. The Fresh Prince of Bel-Air. So, wo ist Bel-Air? Da ist Bel-Air. Aber wo sind die Filmstudios hier? Das ist ja die bessere Frage. Ja, die müssen doch hier auch irgendwo sein. Prime-Man-Picture-Studiotour hier, nicht? Welches wird es sein? Keine Ahnung. Wir nehmen... Sieht ja aus wie so ein Eck-Hinter-Eingang. Hier, da in der Ecke steht er. Keine Ahnung. Wann? Wann lief denn das? Sei froh, dass du die richtige Stadt erwischt hast. Hä? Aber welche Stadt hätte es sonst sein sollen? Gut. Ich habe ja erzählt... Ich weiß nicht, ob du da warst. Ich bin durch Innsbruck gefahren, nicht? Deswegen habe ich die als erste angesteuert. Und dann im Berg... Das ist so ein... Das ist was ganz Interessantes. Die Linien, die durchs Wasser runterlaufen, die sind wie Handlinien. Nicht? Also die sind so eindeutig, dass du den Berg dran erkennst. Und man hat die dann erkannt. Daran habe ich es dann festgemacht. Und dann den Bergkuppen so ein bisschen. Auch wenn man schwer erkennen konnte. Aber mir war klar, es war nicht Schweiz. Und es gibt ja sonst keine Stadt, die so groß ist und in den Bergen liegt, dass da eine Tram fahren müsste. Jede andere Stadt im Alpenvorland. Die sind winzig. Also gut, mein Vorteil, ich bin nur einmal in Urlaub gefahren und das war vorletztes Jahr oder so. War es vorletztes? Ich glaube inzwischen vorletztes Jahr. Und zwar genau nach Tirol. In die Gegend, nicht? Und du weißt einfach, die ganzen Städte... Die sind alle mini-mini. Die sind höchstens an der Straße. Da gibt es nicht sowas wie eine Tram. Tram gibt es wirklich nur Salzburg, Innsbruck, Wien. Und Salzburg, Innsbruck liegen halt nicht am Bergen. Und dann ist die Sache ja fast schon klar, wenn du die Schweiz ausschließt. Weil dafür war mir das zu deutsch. Ich habe kurz überlegt, ob wir nicht sogar in Deutschland sind. Und dann dachte ich aber, welche deutsche Stadt liegt an so einem Berg? Nicht? Das ist es halt. Äh... Ja, okay. Irgendwo hier in der Ecke auf jeden Fall. Studio genau werde ich nicht mehr finden. Wahrscheinlich gibt es sogar die Halle nicht mal mehr. Obwohl die ja sich oft die Hallen von den Studios erhalten. Ja, The Fresh Prince of the Air. Wann hat denn die angefangen? 88? 89? Wann ging denn die Serie los? Komm, wir gehen auf 92. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das 89 oder 90... Komm, ich gehe auf 91 runter. 90. Ah, puh. Nochmal 50 Punkte oder so mehr mitgenommen. Okay, wir waren ein bisschen daneben. Wo waren die? Ah, hier haben die noch mehr Studios. Okay. Ah, die Ecke hätte man sogar erkennen können. Theoretisch. Okay. Aber okay. Ja. 906. Ich mecker nicht. Ich war auf 1992. Ja, okay. Ja, und dann verliebt man schnell Punkte, ne? Dann auf ins nächste Bild. Das Bild ist gut. Können wir reingucken. Pelzwaren. Ach du Scheiße. Jetzt muss man die Kirche kennen. Special Käsegeschäft. Maiengst. Fiale des... Das kann ein Bild sein, was gefährlich ist. Was gibt Pferde? Pferde. 19, 13. Pelzwaren. Volks... Man kann es halt nicht erkennen. Das ist einfach unscharf. Tagkühl. Getagkühl. Okay. Wahrscheinlich gibt es die Kirche nicht mehr. Oder sie gibt es noch. Und wenn wir nicht in Deutschland wahrscheinlich. Special Käsegeschäft. Was mir... Was mir... Also wir sind nicht in Deutschland. Special mit C. Pelzware mit A-A. Ich habe bei dem Bild völlig verkackt. Es sieht für mich aus, wie eine deutsche Exklave irgendwo anders. Es könnte Ungarn sein. Das könnte durchaus hier oben sowas wie Eisen-Dings sein. Wo ist es denn? Steht es hier auf Deutsch da? Ne, natürlich nicht. Bei denen steht das alles korrekt da. Hier gibt es irgendwo eine Stadt, die heißt Eisenmarkt. Es könnte echt... Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Von der Bauweise her. Enge Straßen. Alte Kirchen. Weißt du was? Man lebt nur einmal. Ich sage, es ist einfach hier. Peng. Okay. Hamburg. Lübeck. Keine Ahnung. Ah, ja. Aber zehn Jahre weg. 1903. 6079 immerhin noch. So viele Punkte dafür, dass ich so weit weg bin, finde ich nicht korrekt. Das sage ich ja. Wenn du weißt, du bist in den USA, aber nicht wo, verlierst du sofort alle Punkte. Wenn du in Europa nicht weißt, wo du bist, aber ungefähr, dann verlierst du einen Bruchteil der Punkte. Ich muss gestehen, ich war öfter in Lübeck, aber nur im Außenring. Also hier unten bin ich rumgefahren. Ich war noch nie in Lübeck drin. Deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht. Die Kirche scheint es so auch nicht mehr zu geben. Oder ist das der Turm nur von der Seite? Könnte sein. Hm. Okay. Nächste Runde. Runde fünf von fünf. Düm, düm, düm. Okay, also wir sind in New York, das ist klar. Und wir sind 1900... 88... Sieht fast schon moderner aus, die Leute. Die Autos halt nicht. 91 gehe ich hoch. Hat so Jerry Mag... Nicht Jerry Maguire, hier Seinfeld Vibes. Jerry Seinfeld. So, wo ist das Sam Flachs? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das Sam Flachs ist. Ich gehe einfach in New York... Und sage, es ist die 42. Straße. Es war bisher immer die 42. oder eine umliegende Straße. Von daher kann man da nicht so falsch liegen mit. So, sagen wir... Einfach da. Okay. Und... Rein da. 1,1 Kilometer. Ja, aber es ist zu einfach. 43. Ah. Wäre ich mal wirklich zur 42. runter noch. Ne, achso, es war 55. Ich war auf der 42. 43. Okay. Alles gut. Passt. Was? Sieht man hier irgendwas? Maman, George's... Ah, gut. Da braucht man heute gar nicht mehr suchen. 1,1 Kilometer. Aber 13 Jahre weg. 78. Okay, das hätte ich anhand der Autos nicht gedacht. Die sehen echt aus wie bei, ähm... Stürb langsam 3. Und so. Ein Jahr daneben wollte er 78 nehmen. Hab mich dann doch für 77 entschieden. Echt, die Leute sehen so modern aus. Das einzige er, aber ich dachte, er hat irgendwie so ein Retro-Teil. Deswegen hat er sich so hingestellt. Weil er sieht ja aus wie aus den 50ern. Deswegen dachte ich, das ist die Falle. Ich meine, sie sieht super modern aus. Omi mit kurzen Dings. Sie mit Hündchen. Das sind ja eher so Sachen, die man den 90ern schon fast zurechnet, ne? Auch er wie so ein Professor, der heutzutage da noch rumlaufen kann. Und naja, somit kommen wir zu dem Final-Score. 41.575. Damit ganz, ganz leicht über Gregor gekommen. Wir gucken aufs Leaderboard. Robju hat uns beide natürlich wieder weit, weit abgehangen. Hast wieder mehr. Naja komm, 600 Pünktchen. Das ist ein, zwei Jahre daneben. Und schon wärst du weiter vorne. Oder... Ei, 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 ei. Also enge Kiste, muss ich sagen. Also 600 Punkte hier sind nix. Na. Gut. Hätte ich hier in Deutschland getippt, hätte ich immerhin 2000 Punkte noch mehr. Dann hätte ich 43 oder so. Aber ich wär nie nach... Ich wär nie nach Norddeutschland gegangen wegen... Ich dachte, es ist nix deutsches wegen diesen falschen Schreibweisen. Das... Sehr, sehr komisch in meinen Augen. Sehr, sehr komisch. Okay, ich hau das Ergebnis wieder in den... Entsprechenden Time-Guess-Ergebnis-Beitrag im Discord. Kommt da rein. Ähm... Dann könnt ihr sehen, was wir da so an Ergebnissen hatten. Das Gute bei Gregor ist immer, er hat einen Komplettausfall, der mich in Führung bringt. Aber man muss auch sagen, dieses Bild hier war auch echt schwer. Du hast auf Ungarn statt Lübeck getippt. Ja. Wo hast du denn hingetippt? Würde mich mal interessieren. Die andere Sache, Innsbruck. Das haben wir ja genau getroffen. Das erste sowieso nicht. Das erste war ja easy peasy. Da war ich nur ein bisschen weiter weg. Du hast Level 12 erreicht. Sehr gut. Ich fand ein Rennen in der niederländischen Grenze. Okay, dann warst du da zumindest dichter dran. Ja, ne? Hätte man auch nehmen können. Aber man hätte nicht Deutschland erwartet bei Spezial und, äh, Waren. Also, wo, hätte ich, das ist 1903 so, also Spezial am schlimmsten mit C. Das hätte ich nicht gedacht. Deswegen war ich nicht auf Deutschland. Muss ich sagen, wie es ist. Da, ja, Niederlande, auch noch eine Idee gewesen. Ja, beim ersten Bild nicht. Ich, äh, ich kann Belgisch nicht von Niederländisch unterscheiden. Muss ich gestehen. Äh, ich hab einfach auf Amsterdam getippt. Deshalb bin ich an die niederländische Grenze. Ja, clever. Und trotzdem nicht ausreichend. Aber meins war ja noch weiter weg. Damals war Sprache noch anders. Ja, Sprache entwickelt sich ja ständig. Ja, beim zweiten, das war eigentlich ganz gut. Die Jahre gingen bis auf die letzten beiden Bilder, ne? Hier, New York. Und halt das hier, was es sowieso schwer gemacht hat. Ich meine, zehn Jahre, zwischen 1903 und 1913, wer will heutzutage da noch den Unterschied erkennen, als normaler Mensch. Ne? Das ist so Risiko. Tja. Aber war eine gute Runde, würde ich sagen. Über 40.000, auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Zeit habe ich nur beim vierten Bild verhauen. Wo bist du dahin? Bist du da auch auf, äh... Ne, du musst ja noch mehr als 1913 getippt haben. 19, 20 wahrscheinlich dann oder so. Müsst mal eine Collage aus unseren Ergebnissen machen. So. Ich würde aber sagen, Aufnahme ist hiermit beendet erst mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und spielt mit. Ich glaube, ich war bei 1929. Macht nicht diese Fehler. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schnell.